hallo und herzlich willkommen ich bin wieder auf die nacht entdeckt und heute habe ich das spiel technicals 5 vs 5 shooter die starterspiel voll wird rein und gleich geht es schon los go 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 ich komme schon okay Okay, da sind ein paar Missionen. Ja, du. Eingang! Kann man alle öffnen? Hm, ich glaube nicht. Ich seh dich. Die eine Jagd. Okay. Ich nehme mich mal an. Wir haben den Ende. habe ich da nicht auch tagesqueste schaue ich gleich noch mal nach 40 sekunden warten bis der kampf losgeht ist aber lang also geschätzt es könnte länger oder weniger auch dauern na ja schlechte zeit zum spiel wahrscheinlich schlechte schlechte falsche aber da war den Nee, Fahrzeug will ich nicht. Ich lauf lieber. Ich lauf lieber. Da, nehmen wir jetzt den SWOT. Das sieht immer richtig schlecht aus. Da, nehmen wir jetzt den SWOT. 24 zu 100. Boah. Weiter. Okay. Weltfeuerspieler, MB. Aber wo waren die Dailies gewesen? Okay. Ich spiele 2 Matches. Ich schaffe 30 Sturmgewerke jetzt. Sturmgewerke jetzt. Ja dann, hauen wir mal einen hier. Ach, dauert schon mehr 40 Sekunden. Nein. Also muss ich den SWOT nehmen. Der hat hier ein Sturmgewehr. Ja. 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 Ein paar projects hab ich ja schon gehört. Aber auch nur weil sie mal runter gerannt kamen. Entschuldigung. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Sieben Case habe ich gerade gehabt. Okay. Fahrzeugzerstörung. Okay. Okay. Das kann ich vergessen, glaube ich. Okay. 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 Alex. No. Ja. Tut tut tut. Wie ist das mit der Falsch? Ja, sicher. Das ist ein Blatt. Ich bin ein bisschen. Oh. Ach, ich bin ein bisschen. Oh. 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 Oh, ich bin mal johan. Ganz knapp da, ey. Ganz knapp. Bis hier unten. Ich hab nur 3 Killz gehabt. Wow. Ich dachte ich hätte viel mehr gehabt. Okay, die letzte Runde. Ich probiere jetzt einmal das Fahrzeug zu killen, wenn ich eins sehe. Gerade habe ich keines gesehen. Mist. Okay. 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 Not jetzt. Na gut, aber jetzt kann man das Fahrzeug zerstören, manchmal so und wenn ich jetzt den Fahrzeug zerstöre und dann kann man das Fahrzeug zerstören, wenn man das Fahrzeug zerstört. Oh, eine Einmacht im Haus Schon wieder da? Hatte ich den Rucksack? Brauche ich den Rucksack? Ich weiß ihn noch gar nicht Hm Blum, 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 blum Schon wieder da? So, wir haben wieder den Rucksack, das ist schön Okay, den hab ich auch noch verwischt Da ist der Rucksack Was? Ich glaub mein Spot, man hat zu wenig Lebensenergie Hat er mal gewonnen Er ist ohne nur verloren danach gewonnen Ist gut Okay, krieg ich den letzten auch noch Was ist das? Ist richtig hier zurückgesprungen Okay Weiter Abholen Ausrüstung Genau, von dem bräuchte ich Ausrüstung Ausrüstung Ach, da Krieg Freigeschaltet Cool ких Ausrüstung Tod Und was habe ich noch hier? Kerls. Da kriegt man gar nichts. Ganz wertvoll, gar nichts. Oh, hier auch. Jo, laden wir. Da habe ich gerade acht genug. Dann sind wir in der Kalle von Tobi oder Tobi oder Tobi. Oh nein. Der Kalle hat eine neue Kalle in die Kalle, und das ist für mich genau. Tobi im Tobi. Ich werde den Kalle aus Kalle und gesetzt. Kaufen Stufe 3 Da ist noch Stufe 2 Die Mitte Maschinengewehr Die Mitte Maschinke Die Mitte Maschin Die Mitte Maschin Und die Mitte Maschin den bei Kochnix freikaufen leider wählen den habe ich und die beiden habe ich ne freu ich nicht nur damit er besser aussieht gibt's nicht ok Naja, ich würde mal sagen, das war es denn für heute. Bestätigen, ich schrie das Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn, aber am nächsten Mal über die Zeit. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.